Feste Pusten. Ja? Eins, zwei, drei. Kriegst du das nicht gebacken? Nein. Noch ein Schuss. Und... Auf die Plätze, fertig, Schuss. Noch ein. Das macht Spaß. Hallo. Sag doch, bei mir geht das nicht. Du pustest da ja auf... Ja, da ist es. Was ist denn da mit dem Ding los? Kaputt. Darf ich? Ja, machen. Warum geht das nicht? Warum macht das denn keine Geräusche? Nein, warte. Okay, jetzt ist es. Das hängt. Verdammt. So, wir sind zurück bei Trinkzwass. Geil! Wir haben einen besonderen Anlass. Und zwar, Waterdrop feiert eine Million Besteller. Und dieser Malenstall muss natürlich auch gefeiert werden. Das macht das die ganze Zeit jetzt. Waterdrop feiert zwei Wochen lang diesen Malenstall. Voller Überraschungen, voller Geschenke, voller Werbeartikel, voller Überraschungsgeschenke, Dings, alles. Alles dabei. Und neue Produkte. Ja, stimmt. Außerdem freuen wir uns wirklich riesig, dass wir da dabei sein dürfen und das mitfeiern dürfen. Und wir haben was ganz besonderes für euch am Ende, nämlich zwei Gewinnspiele. Jetzt kommt das Ding weg. Doch. Außerdem haben wir einen Gutscheincode wieder. Den blenden wir euch einmal hier ein. Trinkzwass 5. Da bekommt ihr 5 Euro Rabatt bei einer Bestellung von 25 Euro als Neukunde. Wir finden Waterdrop einfach nur geil. Der Geschmack ist einfach geil. Die Flaschen sind geil. Die ganzen Produkte, die sie haben, sind einfach geil. Wir haben jetzt Waterdrop schon etwas länger. Bestellen auch immer mal wieder noch neue Sachen. Also einfach Hammer. Wir sind glücklich. Wir haben jetzt auch schon langsam unsere Lieblingssorten entdeckt. Die Julia mag am meisten. Ja, bin ich gespannt. Weißt du das? Das sind ja deine Lieblingssorten. Ja, vielleicht weißt du das ja. Bist ja so aufmerksam. Ja, relax. Nein. Nein, doch. Nee, das ist Love. Granatapfel, Gojibeere und Chisandra. Chisandra? Was ist Chisandra? Ich weiß immer noch nicht, was Chisandra ist. Ich muss jetzt gucken, was Chisandra ist. Chisandra. Ja, da kannst du chinesische Spaltkörbchen. Bitte was? Ach, die Blöden. Eine chinesische Bärentraube ist das. Noch nie gegessen. Deine Lieblingssorte ist die, gell? Tatsächlich? Ja, ich bin sehr aufmerksam. Stimmt, das ist nicht meine Lieblingssorte. Das ist deine Lieblingssorte. Nee. Du brauchst jetzt auch gar nicht zu Schauspielern. Ja, okay. Obwohl du Ingwer nicht so magst, schmeckt dir Youth am meisten. Weil, ich finde, es schmeckt man nicht so arg raus. Es schmeckt man schon, dass es den gibt. Aber die Mischung ist geil. Perfekt. Ja, relax finde ich auch natürlich sehr gut. Ja. Und Nero. Zum Wachwerden? Nero. Nero. Ja. Aber wie gesagt, Love ist einfach my favorite. It's her favorite. Ja. Weil wir natürlich jetzt langsam dann auch zur Waterdrop Familie gehören. Danke dafür. Hat Waterdrop uns wieder ein richtig, richtig geiles Paket zugeschickt. Hammer. Richtig geil. In diesem Paket war mal wieder drin. Einmal Sen. Sternfrucht, Zitronengras, weißer Tee. Relax. Hibiskus, Aronia, Acerola. Love. Granatapfel, Gojibeere und Chazandra. Nero. Brombeere, Kokosnuss und Guarana. Und Youth. Pfirsich, Ingwer, Ginseng und Löwenzahn. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommt das geilste eigentlich. Also damit habe ich erstens gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich war richtig, keine Ahnung, aus den Wolken. Sagt man das so? From the clouds. Aus dem Häuschen sagt man. Out of the house. Ja, für die englischen Zuschauer. Ja. Waterdrop microdrink. 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 Ja. Aber drin ist... Das ist schon eine geile Paket. Die ist richtig schön gemacht. Das ist eine Pastellfarbe. Ja. Ja, wir müssen sagen, das ist ein Thermoskamm, ne? Nein, an sich ja. Also nein. Also ja. Steel Bottles heißen die. Es hält 24 Stunden kalt und 12 Stunden warm. Dazu einmal noch so einen wundergeilen Deckel. Und das packe ich aus. Das hier. Das ist auch ein Steel Bottle. Sind die eigentlich gleich groß? Nein. Die lilan ist größer. Tatsächlich ist sie größer? Ja, natürlich ist sie größer. Wenn man die nebeneinander hält, dann erkennt man definitiv, dass die lilan größer ist. Also ich weiß, es gibt die einmal in 500 Milliliter, einmal in 600 Milliliter und einmal in einem Liter. Was ist jetzt aber was? Dann ist das hier wahrscheinlich der Liter. Der hier und das ist... Nein. Ist doch egal. Egal. Aaaaah. 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 Und dieser Deckel hier. Aaaaah. Oh, du weißt, ich mag das gar nicht. Ja, deswegen. Oh, mein Herz blutet. Noch ein Deckel in Schwarz. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Nachschub. Nachschub, genau. Ich freue mich sehr. Und gerade bei dem kalten Wetter zur Zeit eignet sich das ganz gut, um warme Getränke mitzunehmen, wenn man irgendwie lange spazieren ist, wandern oder sowas. Und für den Sommer hält's kalt. Genau. Wenn man am Schwimmbad ist oder am See ist. Sehr geil. Freut uns. Dankeschön. 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 Wie versprochen haben wir zwei Gewinnspiele. Gewinnspiel 1 ist vom Waterdrop selbst und Gewinnspiel 2 ist von uns und kommt danach. Kommen wir erst. Schön gesagt, ne? Wunderbar. Kommen wir zum Waterdrop-Gewinnspiel. Die haben sich nämlich was ganz Gutes überlegt und zwar verlosen die ein iPhone 11, ein neu das iPhone 11 von Refurb. Das ist nämlich 100% nachhaltig. Es gibt noch einen Hauptpreis, den wir aber nicht erfahren haben. Also es wird noch ein bisschen geheim gehalten, was der Hauptpreis ist, aber das kriegen wir bestimmt noch raus. Oder ihr guckt einfach auf Waterdrop direkt und da wird's wahrscheinlich bekannt gegeben, was der Hauptpreis ist. Was ihr dazu tun müsst, ist eigentlich ganz simpel bei Waterdrop. Ihr müsst den auf Instagram folgen oder auf Facebook folgen oder auf beidem. Und dann werden aus allen Followern eben die Gewinner gezogen. Ja. Easy. Da wir bei Waterdrop mitfeiern, haben wir auch ein Gewinnspiel. Und zwar verlosen wir als Trinkzwass eine niegelnagelneue Glass-Bottle-Trinkflasche von Waterdrop in folgendem Design. Holst du dann da auch mal raus, oder? Moment. So sieht die Flasche aus. Die hat ein lila Design. Was ist da drauf? Sind das die Chizantra-Beeren? Nee, aber das sind irgendwelche lila Beeren. Und dazu hat man dann die passende Tasche, damit die Flasche nicht kaputt geht. Exakt. Und ihr sie einfach auch locker tragen könnt. Yes. Was ihr dazu tun müsst. Während diesem Video steigen hin und wieder Luftballons auf. Diese müsst ihr zählen. Genau. Und wenn ihr das getan habt, dann kommentiert ihr einfach die Anzahl unter unserem Gewinnspielpost bei Instagram und markiert noch drei Freunde. Exakt. Und wer gewonnen hat, erfahrt ihr am 20. März. Genau. Wir werden dann wieder einen separaten Post teilen und den Gewinner bekannt geben. Kommen wir zum Fazit. Wir sind endlos begeistert von diesem Produkt. Also generell von Waterdrop. Das ist einfach nur geil. Simpel, aber mega gut. Außerdem haben die wirklich richtig geile und viele Geschmäcker. Sowohl als Kalt-Sorten quasi, also man kann es als kaltes Getränk trinken, als auch warme Tees. Micro Tees oder Micro Trinks. Zudem sind alle Produkte nachhaltig. Sowohl die Strohhalme, die wiederverwendbar sind, die Flaschen. Wir sind endlos begeistert in dieser Waterdrop Familie zu sein und finden die Produkte einfach Hammer. Also die sind... Oder? Ja. Was uns sowieso schon immer begeistert hat, war, dass Waterdrop so viele Geschmackssorten hat. Also wirklich, da gibt es für jeden irgendeine Richtung, irgendeine Geschmackssorte, die einen anspricht. Außerdem Nero, was mich überhaupt total begeistert hat, weil es Kaffee ersetzt. Bei Waterdrop gibt es noch ganz viele andere Sachen. Es gibt Gläser. Es gibt Untersetzer. Es gibt Strohhalme. Es gibt die ganzen Drinks. Es gibt verschiedene Flaschen. Es gibt Tee-Tumbler. Es gibt alles. Alles, was man braucht. Gut, nimmst ein Auto kannst du bei Waterdrop nicht kaufen. Ja, nein, aber alles in die Richtung. Also Getränke, Utensilien. Das, was man braucht. Am Ende. Denk an die Gewinnspieler. Die sind einfach nur der Hammer. Unser Gewinnspiel, das Gewinnspiel von Waterdrop. Die Gewinnspiele, die da noch kommen von Waterdrop. Hammer. Einfach nur geil. In der Infobox haben wir euch den Waterdrop Shop verlinkt. Und vergesst nicht den Gutscheincode. Da bekommt ihr 5 Euro bei einer Bestellung von 25 Euro für Neukunden. Am Ende, wie immer, liken, abonnieren, Glocke läuten, Freunde, Bescheid, Glauben, ey, guck dir das an. Waterdrop hier, bumm. Die haben 1 Millionen Besteller. Bringt was, ist wieder mit dabei. Es muss gefeiert werden. Das muss gefeiert werden. Ja. Das Ding ist so kacke einfach. Egal. So. Genau. Und am Ende, wie immer. Tschö mit Ö. Und Ö. Kann man das machen? Ja. Ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Ja. Whatever. Okay. Ja.